Es geht um einige Veränderungen der Rahmenbedingungen für diesen Neubau, die wir seinerzeit mit dem Gemeinderat vereinbart haben und weil die sich jetzt eben ändern müssen, müssen wir noch mal in den Gemeinderat. Das fängt mit 9 Millionen Mehrkosten an für die Vorbereitung, das Grundstück so weit baureif zu machen, dass dann der endgültige Bauträger nur noch drauf marschiert und dann das Stadion baut. Das führt dazu, dass der Anteil der Stadt, der nicht refinanziert wird, noch mal um 9 Millionen ansteigt. Ja, wir haben unseren Beitrag geleistet. Erstens mal sind wir einverstanden damit, dass das gesamte Budget um 3 Millionen reduziert wird, ohne das konkret zu werden. Und andererseits haben wir, was die funktionale Leistungsbeschreibung anbelangt, wesentliche Reduzierungen zugestimmt, was Flächen anbelangt, sowohl in den Provisorien, das heißt den Bereichen für die Businessbesucher während der Bauphase, aber auch anschließend im eigentlichen Businessbereich, im Küchenbereich, in der Gaststätte, also in verschiedenen Bereichen haben wir da zugestimmt, dass es etwas kleiner werden kann. Haben zugestimmt, dass es statt 35.000 Zuschauer 34.000 Zuschauer fassen soll, das zukünftige Stadion. Und haben dann als nächsten Punkt zugesagt, dass wir prüfen, ob wir die Finanzierung des Parkhauses selbst übernehmen, also rauslösen aus dem Budget, was eben noch mal ein größerer Millionenbetrag des Budget entlasten würde. Und die Prüfung soll auch bis Juli abgeschlossen sein. Und dann wäre das ein weiterer Beitrag, dass wir gemeinsam ins Budget kommen. Immer dann, wenn es um Kampfmittel geht, kann ich vorher vereinbaren, was ich will. Es muss am Ende der Bauherr, also die Stadt Karlsruhe, finanzieren. Und wenn es aber wegen Kampfmittelräumung zum Beispiel zu Zeitverzug kommt, dann wird wieder der Bauträger, also die Baufirma, auf uns zukommen und sagen, drei Wochen Zeitverzug kostet mich am Ende so und so viel mehr, das müsst ihr jetzt noch zusätzlich zahlen. Von daher reduzieren wir auch erheblich die Risiken, sowohl was den Bauablauf als auch vor allem, was die späteren möglichen Steigerungen der Baukosten betrifft. Und ob das am Ende neun Millionen zu neun Millionen sind oder wir vielleicht am Ende nicht sogar günstiger liegen mit den neun Millionen heute, das werden wir nie rausfinden. Aber es ist auf alle Fälle für alle Seiten am Ende eine deutliche Erleichterung und eine deutliche Risikominimierung.